Jetzt wird es keiner je wissen, dass er jemanden angeheuert hat, um mich zu töten. Keiner wird es erfahren. Es steht nicht in seiner Akte. Egal, wo er hingeht, mit wem er sich anfreundet, für wen er arbeitet, niemand weiß, wozu er fähig ist. James hat mir viel genommen. Vor allem das Gefühl von Sicherheit, das bekomme ich nie wieder. Das wird mir für immer fehlen.